Maria Erich, niedliche Fotos. Private in ihr Familienglück. Schauspielerin Maria Erich, 29, ist im Juli vergangenen Jahres zum ersten Mal Mutter geworden. Von nun an zu dritt, schrieb die gebürtige Erfurterin auf Instagram zu einem Schnappschuss mit ihrem Neugeborenen. Seit drei Tagen frage ich mich ständig, ob das Glück einen eigentlich umbringen kann. Mein Herz fühlt sich jedenfalls permanent so an, als würde es platzen, versuchte der Kuh-Damm-Star sein Babyglück in Worte zu fassen. Seitdem hält die 29-Jährige ihre Fans über ihren Alltag als Neumama auf dem Laufenden. Zum Jahresanfang versorgt Maria Erich ihre Follower, innen mit einem besonders süßen Update, einem Posting voller Bilder und Videoclips mit ihrer kleinen Familie. Süßer, unvollkommener perfekter Foto- und Videodampf vom Jahresende. Liebte jede Sekunde dieser Momente. Kündigt die Neumama ihren jüngsten Instagram-Beitrag an. Unsere kleine Granate entwickelt sich gerade im Sause-Schritt und jeden Tag ist hier mehr los als am Tag zuvor. Es ist unglaublich verblüffend zuzuschauen, wie sich ihr kleiner großer Charakter immer mehr zeigt und wo, Chase A. Goffball, sick? Schreibt Maria Erich stolz über die Entwicklung ihres Babys. Jedes Foto bzw. jeder Clip hat ein eigenes Kapitel, wie ihrem Posting zu entnehmen ist. Die ersten Gehversuche ihrer Maus hält Maria Erich unter der Überschrift Tic-Tac fest. In Kapitel 4 zeigt die Schauspielerin ihren Fans nicht ganz ernst gemeinte Leseversuche ihres Sprosses. Im Clip Gesangstraining ist die Stimme des Töchterchens zu hören. Bild Nummer 6 zeigt Marias Baby. Wie es für eine Sekunde seinen Kopf in die Couch drückt. Auch Aufnahmen von der Schauspielerin, ihrem Ehemann und weiteren Familienmitgliedern wie Hund Pino sind in der Bilderreihe zu entdecken. Bei den Fans hat Maria Erich mit ihren privaten Eindrücken ins Schwarze getroffen. Schauspielkollege Sabin Dambria, 38, quittiert den Anblick mit roten Herzen. Ein Fan freut sich besonders über die Echtheit der Aufnahmen. So schöne Fotos. Ich liebe diese ganz realen Bilder. Die nicht extra gestellt wurden so sehr, schreibt er. Wie recht er hat. Verwendete Quelle, Instagram.com